Hier, wo hinkt's? Hallo? So, geh doch, YouTube. Ihr seid behindert. Behindert. Also, die neuen Ryzen-Prozessoren, da will ich mir einen kaufen, irgendwann mal. Für seine, können schon gut sein, allein schon wegen so'n PCI-Express 4.9 und sowas. Was es da erstmal ausschließlich nur für AMD geben soll. Die 12 Perner werden schon ihren Zweck erfüllen für 500 Euro, ich bitte dich, Alter. Und was ich krass finde, ich hab hier... Ich hab hier so'n 1300 Euro CPU, der noch nicht mal so wirklich sehr alt ist. Und wenn ich jetzt so Tests mache, der wird nur noch als Mittel angezeigt, was ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, das ist voll hart, ey. Das ist von Intel schon krass. Wer ist denn so ein Mittel? Ja, aber ich muss auch sagen, ich krieg den irgendwie im BIOS nicht richtig eingestellt. Ich glaub, das Board, was ich hab, der ist nicht... ist nicht gut für den. Was hast du denn nochmal für einen? Hä? Ich hab die 5960X. Und dann gab's ja den 6950, keine Ahnung, es gibt noch einen danach. Und dann gibt's ja diese neue Sockel-Serie. Und ein A9. So ein A9 wär schon was. Ach, du sag doch was, dass wir rausspringen, Alter. Ach so, sorry. Aber das schaffst du. Ja, glaubst du nicht, ne? Ich bin kurz davor, den TSC alles runterzufahren. Das dauert nicht mehr. Ja, das hast du jetzt schon erzählt. Mach das. Aber lass den mal bei uns da. Ich mach den einfach mal raus und guck einfach mal, was dann passiert. Ich denk mal, dass ich meine... Die rechte. Wir haben einen Gegner. Ja, also ich schaff das wahrscheinlich nicht bis davor. Ich hab noch ein gutes Stück. Ich bin erst da bei Gote... Ach, Goroca... Ich komme. Für diesen ganzen Software Scheiß und was weiß ich alles, hat er auch Kohle. Komm mal zu mir. Wir killen die. Ich hab ne Waffe für dich. Ja, ich hab hier auch ne Waffe grad. Ich sammle hier mal grad die drei Häuser. Okay, der eine wird runter. Ein Benzinkernister, Alter. Ja, Mann. So'n Snowmobil wär nice, aber ist keins Schade. Ich komm dann jetzt. Schießt du? Ja. Wirst du beschossen? Ich muss mich verteidigen. Was seh ich denn? Fuck, wo ist denn... Bist du tot? Den ersten hab ich. Ja, ich bin unterwegs, ich hör dich auf jeden Fall schon. Oh, Mann. Ach, lad mir bei. Okay. Ich hab auch nur noch... Cold Krabler. Fuck, fuck, fuck. Ach, jetzt bist du tot. Ja, das ist nur ein gutes Stück. Er macht Zabula Rasa und nächste Runde, Alter. Was lohnt? Ja, jetzt stresst doch mal nicht rum, Alter. Das ist doch nur... So macht man das. Hast du gesehen, Alter? Hast du das gesehen? Ich hab ihn ja schon angehittet, Alter. Ach, ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber hast du gut gemacht, ja? Keine Frage. Ich hab's aber auch fast nicht... Mit Reiher Helm, ne? Ein richtiges Math-Pack hat kein... Scheiße, Mann. Was hat denn der denn noch? Ja, nichts mehr. Ach, was kacke ist. Bei Ubisoft haben die letztens... Da warst du unterwegs, dass... Snowboard-Spiel verschenkt. Die ist lieb. Das ist ja cool gewesen. Das hätten wir auch mal zu gucken. Weil das macht Spaß zu spielen. Wo ich hier grad die Bäume und den Schnee sehe. Ja, ja. Vor allem, Alter, du kriegst da Geschwindigkeit drauf. Du hast ja noch 144 Scherzen-Monitor, gell? Äh, ne, ich hab nur 60. Ah, okay, ne, weil mit so nem... Ich denk mal mit 100, Alter, das ist bestimmt richtig krass. Weil du wärst schon mit so nem 60 jetzt... Boom, 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 boom. Du bretterst da runter, das ist nicht mehr normal, Alter. Aber ich bin auf nem neuen Monitor schon lange geholt, aber ich weiß nicht. Ich will endlich, dass in 21 zu 9 auch noch höhere Auflösungen kommen, aber das passiert irgendwie nicht eben. Ja, das ist das, was mich auch ankotzt. Ich hatte auch überlegt die ganze Zeit, anstatt die VR-Brille mir so n... Aber wie du sagst, da gibt's nur mit, äh, mindestens 2K, keine 4. Und wenn wollte ich nen 4K-Monitor haben? Hab ich jetzt halt so nen billigen... Ja, das ist so ne Mischung aus Full-HD und 4K eben. So, noch eine Million Pixel vor 4K. Ja, das ist ja nur auf die Länge bezogen. Weil du musst ja überlegen, das ist ja zweimal so lang. Ja, natürlich auf die Länge bezogen. Aber... Das ist ja kein richtiges 4K. 4K wär dann wirklich auf die Länge bezogen. Ja, ist es ja auch nicht. 38 werden 7240 die Länge. Ja. Mal 4200 oder 300 noch was. 2160 und was, gell? Das ist ja ein 4320. Ja. Jawoll, dann tu das erstmal darstellen. Ich denke mal auch, dass das mit diesen 4K VR-Brillen, die rauskommen sollen. Schön und gut, aber... Welche Rechner sollen das rendern, Alter? LIMAX, Climax, irgendwie so heißen die. Ja, vor allem wie groß das Ding ist, Alter. Die HTC ist schon grottenschwer nach einer Stunde, ey. Ja. Also so einen Film gucken ist schon eine Qual irgendwann. Ja. Also ich habe ja eh einen kaputten Wirbel hinten. Und ich merke den extrem durch das VR. Aber trotzdem macht es süchtig, ey. Das ist so fett, ey. Ich kann nicht verstehen... Was war das? Ist so aus wie ein Flashbang. Ich kann aber nicht verstehen, dass du es verkauft hast. Es war am Ende nur noch Spielzeug, was irgendwo auf dem Strand lag. Ich habe mir lieber ein iPad Pro geholt. Das benutzt mein Schatz jeden Tag. Und es wird nonstop benutzt, also... Es war schön, ja. Aber ich warte halt bis wirklich, bis die noch leichter werden und quämer. Ja. Du bist halt einfach viel zu faul für sowas. Das ist das Problem. Ja, ja, bin ich. Das aufzubauen hat mich schon so genähert. Allein das hat ja schon 15 Minuten gedauert. Ja, mein, Alter. Diese Scheißdinge an die Wand zu machen, Alter. Nicht Idiot. Ich habe die erstmal zu hoch gehangen. Ich habe halt nicht gemessen. Ich habe so auf gut Glück. Und ich frage so zu Jürgen, ey, das ist doch bestimmt da die Höhe. Ja, ja, mach das dran. Und das hat alles rumgesponnen. Dann musste ich erstmal fast einen halben Meter noch nach unten hängen gefühlt. Du hast ja auch die Wife gehabt, ne? Ja. Also dieses Mund, weil die Dübel, Alter, konntest du die Dübel benutzen? Meine, die gingen nicht. Ich habe sie nicht auf, ich habe sie im Raum aufgestellt. Okay, gut. Ich habe sie richtig, äh. Ich habe sie nicht an die Wand gemacht. Ich habe den Raum vermessen und dann habe ich sie mir so hingestellt. Es hat auch ganz gut funktioniert, aber, naja, es hat mich genervt. Die meisten machen das auch so. Also wenn ich umziehe, werde ich die auch nur noch hinstellen. Auch nicht mehr an die Wand montieren. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Die Vielen Dank. 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 Was meinst du? Ich hatte ein Telefonat eben. Ich sagte, wenigstens haben wir einen Kill. Ich habe 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 einen Kill. Abstimmt, da war ja was. Ich habe einen Kill. 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 Wir sind verheiratet. Ja, das weiß ich, aber ich habe das Kind noch nicht gesehen. Du hast gefragt, hast du das gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen, nein. Aber ich weiß, dass sie ein Kind haben und verheiratet sind. Schon lange. Stell dir vor, die sind mit Robert gut befreundet. Hm. Ja, auch mit der Moe. Oh, ich konsumiere eindeutig zu viel grüne Pflanzen am Tag. Nicht normal. Sei mal froh, dass du nicht in München wirfst. Da muss extrem was abgegangen sein. Golfball, große Hagelkörner. Müssen da runtergekommen sein. Teilweise Fenster und alles eingeschlagen. Autos demoliert und und und. Weil der Jürgen ist immer ein Zelt. Wow. Aber es war schon die ganze Zeit nicht schön, das Wetter dort. Ja, das ist deutschlandweit nicht schön. Es ist warm, kalt, Regen, warm, kalt, windig, warm, kalt, unwindig. Was ist jetzt dieser Wechsel? Das ist schlimmer als April, ey. Voll kopfweg das Wetter. Oh, jo. Hast du Aladin schon gesehen? Nee, du. Ich will ihn unbedingt sehen. Weil Aladin und König der Löwen sind meine Lieblings-Disney-Filme. Was auch cool wäre, als echt, wäre Oliver & Company. Den könntest du auch nett machen. Die Tiere könntest du nice werden. Wenn der irgendwie so... Oder wie Bolt halt so ein bisschen. Das war auch nice. Was? Was ist eben mit Abstand der aller geilste Disney-Filme. Dein Asperger bestimmt auch ein geiler Disney-Film. Und wie? Mein Haar, fuck you, Alter. Maybe. Das ist ja so. Jetzt aber noch mal. Ich habe jetzt noch mal. Wie? 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 Das war's. Hier steht ein Auto und ein 3er Rucksack. Ist das nicht schön? Aber es ist nur mein 3er Rucksack. Das ist ja schon klar. Ein 2er Helm. Cool. Ist halt die Frage. Was ist denn? Die lassen mich. Ich hab nur so eine Scheißwaffe. Was ist denn besser? Die Uzi oder die mit dem Rohr da unten? Wie heißt die? Die ist die besser als die Uzi. Die ist besser, gell? Nein, natürlich ist die besser. Gut, dann hier. Aber die Uzi schießt schneller. Da ist ein erweitertes Magazin für die Uzi. Nee. Ich hab die Burley und eine M4 und 6 wie du. Ach, guck mal da. Ja, wo ich behalte lieber die. Ja, vor allem hat die mehr Munition die andere 53 Schuss. Ich wär blöd, wenn ich die abgelegt hätte. Die Uzi hat noch 25. Ne Acker. Naja. Naja, nee. Zu v. jetzt zu wechseln. Ne Auto ist in der Garage, aber. Ja, können wir nehmen. Hilf noch nie. Nee, ich hab die Acker nicht genommen. Ich hab die Kombination behalten. Aber was hast du denn noch? Auch 5, 5, 6er. Ach, ich hab so viel Muni mit der. Hier lag schon einiges. Willst du ein 6er wie sie? Ich hab schon eins. Ja, das lag da rum. Gleich am Anfang. Ich sitze im Auto und warte auf dir. Ich hol mir noch ein 3er hin. Mach mal. Das war das eben. Das war das Humsloh Gut, dass du dich nach rechts gesetzt hast. Vom Gewicht her, wo du so dick bist. Bam, Alter. Stein. Das Auto hat Erbeck, wir haben keinen Schaden gekriegt. Das ist gut. Ich habe Schaden gekriegt. Den hast du schon länger. Ich meine einen anderen Schaden. Oh, wir kriegen hier... ...Beschuss von hinten. Hallo, Tino. Ob es sich hier noch los... ...Märker mit Muni. Hier liegt eine SKS oder sowas. Also auf jeden Fall eine Sniper, eine große lange Graue. Sollte auch ein M24 sein. Ja, auf jeden Fall so eine krasse Auf jeden Fall. Das ist ein M24. Kannst du ruhig holen. Ich brauche den nicht. Oh, wie süß, lauter Stoff-Dinosaur. Oh, cool. Oh, ein Dreier Rucksack. Schön. Zweier Helm hast du, oder? Zweier Helm, zweier Weste, dreier Rucksack, ja. Ein Dreier Helm oder Dreier Weste wäre cool. Ich glaube, das eine kriege ich dann nur noch in der Kiste. Oder haben sie das jetzt wieder gefixt? Ne, ein Dreier Helm habe ich es doch auch. Okay. Eine Zeit lang hast du das eine nur in der Kiste gekriegt. Ja, das stimmt. Der Helm war das, glaube ich. Ja, ich glaube, der Helm irgendwie, das war wahrscheinlich dann ein Bug, so wie es aussieht. Das ist aber auch schon eine Weile her. Ich habe das Spiel jetzt fast ein Jahr nicht mehr gespielt. Ein halbes auf jeden Fall. Wo waren die M24? Boah, da am Anfang in dem Klo. Wo wir da eben waren. Warte. Da war so ein Klo an der Seite. Da ging auch so eine Behindertenauffahrt hoch. Du bist da schon dran vorbei. Das müsste... Wo waren das jetzt da hinten irgendwo... Hier, das hier ist das Klo. Aber an der Seite da... Hier war die drin. Ne, 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 warte, hier war die dann. War die hier drin. Hier ist noch ein weiteres Schnellzugriff für den Sniper oder für eine AK. Ah ja, ich habe hier keine AK. Ich habe diese komische, so eine M4 oder sowas. Ja, auch für die. Aber ich habe da schon, glaube ich, eins drin. Hallo, Dodo. Und hier ist voll Paddy-Haddy. Ich glaube, ich werde beschossen. Das wird noch... Das wird noch. Ja, das hat sich mich eben so angelt, als hätte jemand auf mich geschossen. Aber ich weiß gerade nicht, wenn ich stehen bleibe. Ich laufe lieber erst mal. Ich laufe lieber erst mal. Vielen Dank. Ah, wo waren die Schüsse eben? Hier ist noch ein Medikid. Da liegt auch Akamony noch. Hier, einmal. Ja, ich habe nur 80 Schuss. Also gib acht, also hier rennt irgendwo einer rum, weil ich habe echt das Gefühl, der hat auf mich geschossen, weil ich hatte auch... Ja, mach ich doch. Also der ist hier oben irgendwo Richtung Vulkan, da wurde ich beschossen. Da bist du, wo ist denn unser Auto nochmal? Ich könnte noch so einen Front-Crab mal gebrauchen, das wäre nicht verkehrt. Ja, Mann. Nice. Zum Glück habe ich die gefunden. Was denn? Dreier bist du. Yeah. Bist du froh? Dass ich dich erleichtert habe, dass du diese Last nicht tragen musst. Aber ehrlich. Und hier ist irgendwie ein erweitertes Magazin für eine DMR oder sowas. Und jetzt sind wir einmal rum auch, ja. Aber okidoki, so. Wohin jetzt? Hast du deinen Griff? Ja, ich habe einen Griff. Mir fehlt jetzt noch irgendwie etwas, aber ich kann ihm nicht sagen. Da ist ein leichter Griff, den kann ich gebrauchen. Der ist besser als in anderen. So, lass uns jetzt mal irgendwo hingehen. Wir verbunnen können uns hier. Ja, erstmal wieder Erbide. Kennst du, ich sehe meine Markierung nicht. Wo... Halt mal an. Ja, ich sehe meine Markierung nicht. Aber ich muss jetzt mal wieder zurückziehen. Aber ich bin jetzt hier. Oh, klar. Ich bin jetzt noch nicht mit Irgendwie habe ich schon irgendwas gehört Ich habe mich schon gesagt, ich habe mich schon gehört Vielen Dank. Ach, der Visier liegt hier. Hab ich. Ach, du schon. Gut. Eine Mosel liegt hier auch oder sowas. Nee, eine Karabiner 98. Ach, du schon. Und komm, lass uns mal hier irgendwo verbunkern. Und nicht mehr so groß rumrennen jetzt. Ah, hier ist gut, hier ist recht verwinkelt. Ich geh einfach mal hier in irgendwie so ein Gebäude rein. Ich brauche noch so ein Schaft für die Sniper. Rennen mal nicht so rum. Die sind hier genau bei uns. Ich brauche noch 13 Gegner. Power dich schon mal auf, dass ein Schuss nicht ganz so hauptisch dicht wird. Wenn er es will. Hmmmm. Hmmmm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde noch so lange justieren. Ich gehe langsam drüber in das nächste Haus. Das ist so. Schade, dass ich keinen Shelly habe. Oh, fuck. Ach, das bist gar nicht du. Fuck. Ja, lol. Gib auch. Da sind zwei. Oh, kacke. Das hängt bei mir. Oh, Mann. Ich reche dich einfach. Sie waren nicht bei mir. Sie sind zurückgerannt, glaube ich. Die müssen noch hinter dir sein, die Schweine. Das ist ein Schock. Ich habe immer noch nicht gehohtet. Kennst du das? Rechts, never did you smoke. Ah, ja. Ja, Mann. Glückwunsch. Du bist Anfänger für Juhu. Ist das nicht schön. Definitiv. Ein bisschen Kiffen. Oder Alice. Ein bisschen Kiffen. Die letzte Auspackstaffel war so schäbig irgendwie fand ich. Die war diesmal nicht so gut. Ja, die können auch nicht alle immer gut sein. Das ist sonst unfair, wenn die den anderen noch in die ganze Show stehen. Nichts. Dann zum Beispiel. Die Seite. Der Herrschasten. Oh Johnny Oh Johnny Oh Johnny Oh Johnny Wir haben sogar ein Team Die auch noch Unterstütz mich mal Ach der eine der läuft da außen rum Kommst du zu mir ins Haus? Warte, ich muss erst mal nachladen. Jetzt warten. Der eine ist hier bei mir gegenüber. Der ist da drinnen gelandet, na, hast du ihn? Ja. Hat der mir noch den Krieg geklaut? Was hab ich? Ne, hab ich nicht. Natürlich. Schlimmer würde ich es finden, dass ich den Reino Rucksack geklaut habe. Oh ja. Gib acht, hier ist noch einer, ne? Wahrscheinlich zwei, weil... Aua, fuck, 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 der ist hier in dem Haus. Genau hier über dir. Komplett. 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 Ich gehe auf jeden Fall dieses Jahr nach Frankfurt am 20. Juni. Ich will da jemanden treffen auf so einer Party und dem ein Bier überkippen. Aha. Und dann? Willst du dich besser? Ja, allein weil du das hast, da hast du Bier wie die Pest. Auch den Geruch. Da muss der, der kommt eben im Zug. Da muss der von Frankfurt mal im Zug, mit dem Biergeruch. Riecht er wie ein Penner, was den richtig anpisst, wo der ja immer so ätherpität ist. Von da, nach Hungen nach Hause fahren. Was meinst du, wie ich den damit kränke, Alter? Aber richtig. Das ist, glaube ich, gar keine so verkehrte Idee. Ich will ihn noch einmal so richtig erinnern, aber keine Ahnung. Ich habe so einen Hass auf diesen Menschen. Das ist vielleicht genauso schlimm wie auf dich, Alter. Hm. Ne, aber das ist echt übel. Ich will Ihnen übernehmen und ich fühle dich aus. Das ist Grenz spätzt. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Wie läuft es mit deiner Umschulung? Am suchen. Was suchen? Was hast du gesagt? Am suchen. Was soll ich sonst gesagt? Aha. Ja, wohin es? Am finden. Aha. Willst du da? Ja, einfach irgendwen. Okay. Okay. Ich bin voll drüber. Und dann landet du da. Ich nehme die hier mit und dann hat jeder genug Häuser. Ich bin voll drüber. Ich bin voll drüber. Alles noch okay bei dir oder wirst du beschossen? Alles okay. Nee, so ein Geballer ist deswegen. Ich hab ein Auto. Du hast eins oder kommt eins? Ich hab eins. Okay. Was soll jetzt alles gewesen sein? Ich komm zu dir. Das Auto passt so richtig zu dir. Das Auto passt so richtig zu dir. Brach, Knall, Terror. Ich bin zwar hier, wirst du bin nur so groß. Ich bin nur so groß. Die sind doch über welche. Irgendwo war hier ein Zweier vorhin in dem ersten Haus, glaube ich, wo ich drin war. Davor irgendwo lagen Zweier. Auf jeden Fall. Ja, da unten liegt er doch. Hier auf der Terrasse, du Hunk. Die Schüssel kommen immer näher. Finde ich cool. Und was musst du überwarten? Ach, G36, Uzi. Hier lag doch ein Rucksack, du Hunk, Alter. Ja, jetzt habe ich erwähnt. Es ist zwar nur einer gewesen, aber der hätte gereicht, um Sachen mitzunehmen. Du bist ein Held ab und zu Ende. Ja, den habe ich doch erst auch in den Haus bekommen, du Spasti. Ich höre die ganze Zeit nur Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim bomb geklatscht gegenüber sind die türen offen was ist da gegenüber sind die türen offen auto das hört man da hört es du hast noch ein vertikal der griff fällt zu einem rauf habe ich schon da hinten fernse wohin was machen jetzt könnten schon in die mitte so hier dieses porsche umso früher da sind umso besser eigentlich jetzt so oben nach oben ja ich denke mal da wird der kreis sich hinbewegen so hier oder wo wir jetzt sind wir können auch hier erst mal warten und gucken wie er sich bewegt lol lol auch auch Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Die Spinn wird mal ins Käse. Was? Käse. Jetzt abspinnen. Lass mal da weggehen, Alter. Doch, komm. Du bist behindert, Alter. Du bist behindert. Du bist behindert. Ach, du bist so behindert, Junge. Ja, es hätte klappen können, hättest du ihn abgeknallt. Ja. Der dich abknallen wollte, den hab ich erschossen. Der mich abknallen wollte. Der Hund hätt auch mehr anhaben können, hättest du nicht geschossen. Halt's Maul machen. Das wird eh jetzt so rum, wie jetzt. Schmuck. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Okay, da ist ein Ziehen. Der eine ist genau bei mir natürlich. Ja, ich komm. Mann, 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 Mann. Hey, du bist Bürger, wirklich. Ja, du suchst doch immer so Scheißplätze aus. Ey, dann such du einen besseren aus. Hab ich ja, wir sind das letzte Mal viel weitergeguckt. Ja. Ist mir nicht achter geworden, als ich die Macke gesetzt habe. Ja, natürlich. Ich warte schon, wie viele Updates es für den Server gibt gerade. Wie viele Updates es für den Server gibt gerade. Wie viele Updates? Vielen Dank. Vielen Dank. Guckt, die waren schon nicht mehr mit uns spielen, weil wir so schlecht sind. Er hat ja endlich was gewonnen. Guckt, die waren schon nicht mehr mit uns spielen. Entsetz mal einen Marker. Das ist faszinierend. Das ist richtig faszinierend. Auf meinem Hauptrechner bin ich da nach einem... Also vorhin hatte ich einen Linux Kernel Update. Wollte ich das auf dem Server auch machen. Zeig das mir nicht an. Faszinierend. Nee, ich glaube, ich musste ihn mal wieder neu starten. Er läuft ja schon seit Tagen wieder durch. Das ist ein kleiner Rechner. Das ist ein i3 oder i5. Die i5, glaube ich. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ein ganz kleiner, schäbiger Rechner. Er füllt seinen Zweck. Ich hätte ja eigentlich gute Hardware. Hätte. Wenn ich ihn nicht in Thüringen gehe. Wenn ich ihn nicht in Thüringen gehe. So, jetzt habe ich ihn übergelistet. Ich bin jetzt hingegangen. Terminal einfach reingegeben. Aber total. Ja, das ist das Geile bei Linux. Das kannst du mit dem Terminal alles machen. Ich tippe ja eh lieber. Liegt wahrscheinlich da dran, weil ich mit DOS aufgewachsen bin. C64. Aber Linux ist voll penibel, Alter. Du musst voll auf großen Kleinschreibungen achten. Du musst das 100 Pro so eingeben, wie es da steht. Ich gehe nicht. Ich gehe mal auf dem Kauf. Ein Buchstabe klein oder groß halt andersrum als es ist. Das läuft schon stressig manchmal. den ersten kill haben wir schon ja bist du froh ja kommst du zu mir? wo bist du? im haus ach du bist ein ding weiter als ich ja warte ich komm ich glaub hier ist aber auch jemand die Installation ist complete, eine Reboot ist und wo ist der Gegner? weißt du nicht der bei draußen ja ich dachte hier ist noch einer das ist ein auto ja wache ja auch gerade jetzt hab ich nicht geschossen ist hier in dem haus oder was? ich weiß nicht wo er ist der war draußen der war draußen kann sein dass er noch looted oh schuss auf dich oder ja auf dich ah da ich sehe ihn wo? an dem auto beim baum boah dieser frotzenkopf ja klar nur meint der dreht sich um einen schuss tot alter was ist das für ne drecksscheiß alter dieses spiel ist behindert und statt dass wir quake spielen nein so ein drecksfotzenspiel alter eine runde machen wir noch und jetzt konzentrier dich mal weißt du du stimmst auch wieder ohne bescheid zu sagen mit dem 언니ern diszipliniert von der wir noch nicht nicht dass das auf Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Error. Hallo, hallo. So. 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 Das ist auch cool. Das war's für Sie. Hm? Ich bin ein Dreier runter. Schön für dich. Da ist ein Drexel-Visier. Könnt ihr vielleicht mitzuschauen. Alla, da in dem Raum unten war einer. Wie übel. Komm rein, bin direkt tot. Was ein Schmuckbärte. Da ist direkt rausgerannt. Der läuft da. Der hört sich an. Ich bin ein Schmuckbär internet. Die Suz Ich bin ein Schmuckbärchen cool. Ich habe hier ein Schmuckbärchen Katzen. Ich habe hier ein Schmuckbärchen Kraft gemacht. was soll ich was sagen fuck this game ich bin draußen aus dem tricks spiel das ist voll behindert lass uns nächstes mal lieber quick champions zocken wenigstens spiel ich bin draußen